Michael Schumacher, das ist zu seinem Gesundheitszustand bekannt, nicht mehr der Michael von vorher. Wie geht es Michael Schumacher? Hier fassen wir zehn Jahre nach seinem Unfall einige Äußerungen seiner Managerin und seiner Vertrauten zusammen. Kerpen, ein trauriger Jahrestag, der schwere Ski-Unfall von Michael Schumacher ereignete sich an diesem 29. Dezember vor einer Dekade. Zu seinem Gesundheitszustand gibt es nur selten offizielle Äußerungen. Natürlich respektieren Fans und Medien die Privatsphäre von Michael Schumacher. Gleichwohl fragen sich Anhänger aber verständlicherweise immer noch, wie es ihrem Idol geht. Der Formel-1-Rekord-Weltmeister war am 29. Dezember 2013 beim Skifahren in den französischen Alpen verunglückt. Bei einem Sturz war er mit dem Kopf auf einen Felsen geprallt und hatte sich trotz eines Helms ein schweres Schädelhirntrauma zugezogen. Wir fassen zehn Jahre nach seinem schlimmen Unfall hier zusammen, was seine Managerin Sabine Kähm geäußert hatte. Von ihr kamen überwiegend in den ersten Jahren nach dem Unfall Statements. Danach wurde es mit Stellungnahmen ruhiger. Dazu finden Sie unten Aussagen seiner engsten Vertrauten. Wohlgemerkt, hier finden Sie keine Spekulationen, sondern lediglich die offiziellen Äußerungen von Michael Schumachers Agentin Sabine Kähm und anderen Weggefährten. Dezember 2017, Managerin verriet geheimen Wunsch, der alles in anderem Licht dastehen lässt. Zum vierten Jahrestag des Unfalls widmete im Dezember 2017 die französische Sportzeitung L'Equipe dem Fall Michael Schumacher mehrere Seiten. Der Gesundheitszustand des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters ist Gegenstand zahlreicher Gerüchte, schrieb das Blatt. Es war die Titelstory, auf dem Cover ein Porträt des gebürtigen Rheinländers mit den Worten, Schumi, wir vergessen dich nicht. Die Story splittete sich auf in diverse Artikel. Einer zählte die vielen Gerüchte auf, die sich rund um Schumacher ranken, es gibt auch sehr infame. Ein weiterer drehte sich um die Kinder der Formel-1-Legende. Spannend aber dürfte für viele Fans der Hauptartikel der L'Equipe gewesen sein, er war sehr, sehr lang und blickte natürlich vor allem auf das große Ganze. Aber nicht nur. Auch Schumi-Managerin Sabine Kähm kam zu Wort. Es war eine der sehr raren Äußerungen, weitere lesen Sie unten, der Schumacher vertrauten. Die L'Equipe traf Kähm offenbar im schweizerischen Nüon. Vor allem ein Zitat von Kähm ließ aufhorchen. Seit dem Bericht der Zeitung geistert es durch die deutschen Medien. Wer den Originaltext der L'Equipe liest, erfährt allerdings, sie sagte es bereits im Frühling 2016, es bekam aber erst im Dezember eine große Aufmerksamkeit. Er sagte mir, er wolle verschwinden, wird die Schumacher-Managerin zitiert. Er sagte mir, irgendwann vor dem Unfall, ruf mich nicht an, um die Dinge für nächstes Jahr zu planen, ich werde verschwinden. Das sei sein Geheimatraum gewesen. Deshalb lasse ich nichts raus. Worte von Kähm lassen ein ganz anderes Licht auf die Sache fallen, es war demnach ohnehin Schumachers Wunsch, noch weniger als früher in der Öffentlichkeit stattzufinden. Das ist es nur logisch, dass Kähm in der Zeit nach dem Unfall noch weniger verlautbaren ließ. Dazu kommt eben, dass es um Schumachers Privatsphäre geht. Jeder versteht die Situation, so Kähm. Es ist eine Frage der Würde. Dazu gab Kähm Einblicke, wie Schumacher schon früher Distanz zur Presse hielt. Er hat immer sehr strenge Regeln aufgestellt. Kein Journalist hatte seine Telefonnummer, kein Fotograf durfte zu ihm hinein. Die Äußerungen, die Kähm außerdem in den Jahren seit Schumachers Unfall getätigt hat, haben wir unten für sie zusammengefasst. Michael Schumacher, das sagte seine Managerin Sabine Kähm über seinen Gesundheitszustand, eine Auswahl. Sabine Kähm ist seit vielen Jahren die Managerin von Michael Schumacher. Sie ist die einzige, die offizielle Verlautbarungen zu seinem Gesundheitszustand herausgibt, das allerdings auch sehr zurückhaltend. In den vergangenen Jahren wurden die Statements rarer. Hier eine Auswahl ihrer wichtigsten Äußerungen seit dem Unfall in der Chronologie. Ihr täglicher Nachrichtenüberblick Die wichtigsten Meldungen des Tages von der Redaktion für Sie zusammengefasst E-Mail eingeben Blick auf den Button zum Newsletter anmelden stimme ich den Datenschutzbestimmungen und dem Erhalt weiterer Medienangebote zu. Zum Newsletter anmelden Sabine Kähm im Januar-Februar 2021 anlässlich des Schumacher-Films. Sie betonte, der Film soll Michaels unvergleichbare Karriere porträtieren, aber auch die vielen Facetten eines komplexen Mannes zeigen, den gnadenlosen und tollkühnen Formel-1-Piloten, den ehrgeizigen Sportler, den versierten Mechaniker mit einzigartigem technischen Gespür, den verlässlichen Teamplayer und liebevollen Familienvater. Sabine Kähm im Mai 2017 zum Redaktionsnetzwerk Deutschland Michael ist eine Person des öffentlichen Lebens, die Öffentlichkeit hat das Recht zu erfahren, dass etwas passiert ist. Wir haben außerdem sehr deutlich gemacht, dass etwas Schwerwiegendes passiert ist. Michael hat jedoch sehr konsequent eine klare Grenze zwischen der öffentlichen Person und der Privatperson gezogen. Das haben die Fans und Medien immer akzeptiert. Die Entscheidung, die Privatsphäre vor der Öffentlichkeit zu schützen, ist in Michaels Interesse getroffen worden. Es ist das Recht der Familie, damit so umzugehen, wie es am besten ist für die Familie. Sabine Kähm im Dezember 2016 Michaels Gesundheit ist kein öffentliches Thema, und daher werden wir uns weiterhin dazu nicht äußern. So Kähm, schon allein deswegen, weil wir die Privatsphäre von Michael so weit wie möglich schützen müssen. Aus juristischer Sicht würde jede Aussage zum Gesundheitszustand den Umfang seiner Privatsphäre auf Dauer verringern, ergänzte sie. Wir sind uns bewusst, dass das für manche Menschen schwierig zu verstehen ist, aber wir tun das in vollkommener Übereinstimmung mit Michaels Haltung und können uns nur für das Verständnis bedanken. Sabine Kähm im Juli 2016 Michael soll ja nicht verschwinden. Aber momentan ist die private Situation so schwierig, dass man keinen Einblick geben kann. Und dafür sollte jeder Verständnis haben. Sabine Kähm im März 2016 zur SZ, man könne die Fragen nach Schumachers Genesungsweg auch gut zwei Jahre nach seinem schweren Skiunfall nicht in ein paar Sätzen beantworten. Man müsse viel erklären, da es um einen ständigen Prozess ging. Sabine Kähm im Dezember 2015 Sabine Kähm im November 2014 Sabine Kähm im Juni 2014 Sabine Kähm im Juni 2014 Sabine Kähm im Januar 2014 Michaels Narkosemittel werden seit kurzem reduziert, um ihnen einen Auffachprozess zu überführen, der sehr lange dauern kann. Sabine Kähm kurz nach dem Unfall im Dezember 2013 Michael ist bei einem privaten Skitrip in den französischen Alpen auf den Kopf gestürzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und wird medizinisch professionell versorgt. Das behandelnde Ärzteteam ergänzte, Schumachers Zustand sei außerordentlich ernst. Er befinde sich mit im Gehirn weit verbreiteten Verletzungen in Lebensgefahr und ist in ein künstliches Koma versetzt worden. Michael Schumacher Das sagen Freunde und Weggefährten über seinen Gesundheitszustand Jean Todt im Dezember 2023 Der Schumacher-Vertraute gab kurz vor dem 10. Jahrestag des Schumacher-Unfalls der französischen Sport-Tageszeitung L'Equipe ein Interview und äußert sich für seine Verhältnisse ungewohnt offen Michael, Schumacher, ist da, insofern vermisse ich ihn nicht, so Tod Er ist nicht mehr der Michael von vorher Er ist anders und wird von seiner Frau und seinen Kindern wunderbar beschützt Offenbar ist Tod weiterhin in regelmäßigen Kontakt mit Schumacher Sein Leben ist anders, und ich habe das Privileg, Momente mit ihm teilen zu dürfen Das ist alles, was es zu sagen gibt Leider hat ihn das Schicksal vor 10 Jahren getroffen, und er ist nicht mehr der Michael, den man aus der F1 kannte Felix Damm im Oktober 2023 Felix Damm ist seit 15 Jahren Presseanwalt der Familie Schumacher In einem Interview mit dem Juristenmagazin LTO, Legal Tribute Online, erklärte der Medienrechtler, warum es keine finale Meldung über Michael Schumachers Gesundheitszustand geben wird Es ging immer darum, Privates zu schützen Darüber, wie das möglich ist, haben wir natürlich viel diskutiert Damm führt weiter aus, so haben wir auch mal überlegt, ob eine finale Meldung über den Gesundheitszustand von Michael hierfür der richtige Weg sein könnte Er war es nicht, die Familie und ihre rechtliche Vertretung entschieden sich dagegen Damm begründet, danach wäre ja nicht Schluss gewesen und es hätten permanent aktualisierte Wasserstandsmeldungen erfolgen müssen Jean Todt im November 2021 Schumachers langjähriger vertrauter Todt meldete sich in der Mail on Sunday zu Wort Nach einem Blick in seinen Terminkalender verriet er der Schwesterzeitung der Daily Mail, dass er seinen ehemaligen Ferrari-Schützling zuletzt am 18. Oktober besucht habe Doch wie steht es um Schumi? Michael kämpft Er kämpft, und wir können nur hoffen, dass es ihm besser geht, gab Todt zu Protokoll Jean Todt im Oktober 2019 In einem Interview mit der italienischen La Repubblica hat Michael Schumachers langjähriger Weggefährte und guter Freund Jean Todt über den aktuellen Gesundheitszustand seines früheren Schützlings gesprochen Dabei betonte der frühere Teamchef des Ferrari-Rennstalls allerdings, dass es keine nennenswerten Veränderungen gebe Es gibt keine Nachrichten, außer dem Fakt, dass Michael jeden Tag um Besserung kämpft, wurde Todt zitiert Luca di Montezemolo im Februar 2016 Leider hat ihn ein zufälliger Sturz auf Schiern kaputt gemacht, sagte di Montezemolo auf einem Podium Die Neuigkeiten, die er von Schumacher habe, seien leider keine guten, betonte der Ex-Ferrari-Chef Weitere Details nannte er nicht Man befindet sich auf einer Zeitskala, die von einem Jahr bis drei Jahre geht, sagte der Chef der Anästhesie und Reanimation der Uniklinik von Grenoble in die Schumacher nach seinem Skiunfall am 29. Dezember 2013 gebracht wurde Beide